Hi, ich bin der Kai und sicherlich kennst du ja das Problem in ePlan, dass wenn du ein paar Schaltplanseiten gruppierst oder einzelne Bauteile und die wieder einfügst und dann vorher nicht den Meldungsprüflauf gemacht hast, dass du deine Meldung dann duplizierst. So kann es dann passieren, dass du, nachdem du einen Prüflauf über das komplette Projekt machst, gewisse Meldungen mehrfach in deiner Meldungsverwaltung hast. Und hier bietet dir ePlan die Möglichkeit, diese auch wieder automatisch zu beheben. Wie das geht, schauen wir uns jetzt mal an. Was ich jetzt hier einfach mal gemacht habe, ist, dass ich diesen Motorabgang hier kopiert habe und habe ihn ein zweites Mal eingefügt. Ich denke, dass dieser Prozess ganz normal ist und was jetzt allerdings passiert ist, ist, dass ich die erste Seite nicht geprüft habe, ob hier irgendwelche Meldungen vorliegen. Du kannst dir wahrscheinlich ziemlich gut vorstellen, dass wenn du die Seite dann noch öfter kopiert und wieder einfügst, sich deine Meldungsverwaltung ziemlich schnell füllt mit immer wieder den gleichen Meldungen. Und wenn wir jetzt tatsächlich mal hergehen und unser Projekt markieren und einen Prüflauf ausführen, dann sehen wir jetzt auch hier in der Meldungsverwaltung, dass wir zum Beispiel in der Funktion gleich FA1 hier auf der ersten Seite hier eine gleichbezeichnete Klemme haben. Doppelklick können wir auch direkt da hinspringen. Und was hier jetzt fehlt, ist ja ganz einfach der Haken bei gleiche Bezeichnung erlauben. Das gleiche haben wir natürlich jetzt in FA2 und müssten ja auch hier den Haken jetzt setzen. Außerdem haben wir noch fehlende Klemmleisten-Definitionen und fehlende Datentypen, jede Menge bei den SPS-Einausgängen. Und das können wir jetzt automatisch beheben lassen. Dazu gehen wir einfach mal auf Datei, auf Extras und hier unter Projekt kannst du Projekt aufräumen klicken und kannst dir hier ein eigenes Schema über den Dreipunkte-Knopf erstellen. Ich habe das Ganze jetzt schon mal vorbereitet und habe hier jetzt zum Beispiel angewählt, fehlende Klemmleisten-Definition hinzufügen, gleiche Bezeichnung zulassen. Wie du siehst, entspricht das hier unten der Fehlermeldung, gleichbezeichnete Klemme mehrfach verwenden und Klemmleisten-Definition fehlt. Das heißt, was Eplan gleich macht, ist, wenn du den Haken setzt, wird hier bei der gleichbezeichneten Klemme automatisch der Haken gesetzt für gleiche Bezeichnung zulassen. Natürlich musst du hier genau wissen, was du tust, denn es könnte ja auch sein, dass die Fehlermeldung gar nicht verkehrt ist, sondern du eine Klemme wirklich doppelt verwendet hast. Und hier unten bei SPS habe ich angehackt Datentyp setzen. Das heißt, hier die fehlenden Datentypen werden gleich automatisch gesetzt. Und so kann ich mir das Ganze jetzt abspeichern und durchführen lassen. Eine ebenfalls interessante Funktion, finde ich, ist Anschlussbezeichnung zur Rückschreiben. Dazu kannst du dir zum Beispiel auch ein eigenes Schema machen und dann diese einzelne Funktion ausführen lassen. Wenn wir das Ganze jetzt eingestellt haben, klicken wir auf Speichern und OK und lassen das Ganze über unser Projekt mal drüber laufen. Jetzt markieren wir das Ganze wieder und gehen auf Prüfen. Und schwupps, haben wir nur noch eine einzige Fehlermeldung. Klemmleiste ohne Klemme. Alle anderen Fehlermeldungen sind jetzt verschwunden. Und wenn wir uns das hier an der PE-Klemme jetzt anschauen, sehen wir, dass der Haken hier automatisch gesetzt wurde. Und auch bei den SPS-Einausgängen wurde jetzt automatisch der Datentyp hinzugefügt. Der Datentyp ist übrigens abhängig von deinem eingestellten Schema in deinen Einstellungen. Wenn du hier unter Projekt, Betriebsmittel, SPS gehst, hast du ja hier dein SPS-spezifisches Schema. Und wenn wir da mal drauf gehen, dann siehst du hier den Datentyp für die jeweiligen Ein- und Ausgaben. Nutzt du diese Funktion und wenn ja, welche genau? Schreib es mir doch gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn du noch Fragen hast, schreib sie wie immer gerne unten in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, werde doch Mitglied auf meinem Kanal. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020